Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bully. Ja, ich habe endlich das Problem mit dem Sound behoben. Ja, es lag einfach nur daran, dass Fraps doch den In-Game Sound aufgenommen hat. Allerdings nicht geschrieben hat, bla bla, In-Game Sound mit aufnehmen, sondern Windows 7 Sound mit aufnehmen. Das habe ich dann natürlich irgendwie nicht beachtet. Und jetzt habe ich es ausgestellt und jetzt läuft das alles über die Boxen. Ich hoffe, es geht so. Ansonsten müsst ihr sagen, lauter, leiser oder was weiß ich. Aber ich schätze, es geht. Ich habe gerade noch einen kleinen Test gemacht. So, wir hatten ja unser neues Haus bekommen. Hier ist direkt eine Mission. Lolas Rennen. Ja, der Unterricht hat sowieso noch nicht angefangen. Und ich schätze mal, solche, diese Mission jetzt beispielsweise wäre sowieso nur jetzt erhältlich oder so. Ich weiß nicht genau. Ich mache es einfach jetzt. Passt schon irgendwie. Okay. Lolas Rennen. Of course I love you, Johnny. No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo, kid. I'm gonna kill him. Johnny, please. We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so beastial. Hey, Jimmy. Hey. What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two? You're both so straightforward. So quick to judge. So fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so... excited. Äh, äh, ähm, ja. We can't comment. Okay, in Rennen. Wird nicht mal nicht schwer sein. Äh, Fahrradrennen. Toll. Ja, okay. You got no chance against Johnny and his boys. Gut, äh, ähm, ähm, wie fern wir denn? Wie fahren wir denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich glaub so. Ja. Ja, nee, ist klar. Direkt mal zu Anfang so schön, schön fail. Ähm, wo kommen jetzt eigentlich die anderen beiden Herren? Da stehe ich jetzt gerade mal nicht. Aber egal. Ähm, ja. Ja, das mit dem Sound ist jetzt immer noch ein bisschen blöd, weil ich das bei mir jetzt ziemlich laut stellen muss. Ähm, ich hätte ja Windows 7 Sound angemacht. Ähm, das Problem dabei ist nur, er stellt beides auf eine Tonspur. Und ich bin da im Verhältnis ziemlich leise. Und wenn ich dann das eine lauter mache, wird das andere natürlich auch lauter. Beziehungsweise, wenn ich das eine leiser mache, werde ich auch leiser. Und, ähm, ja, das ist halt blöd. Deswegen hab ich jetzt so, dass ich den Sound schon von hier aus leiser machen kann. Das sind zwar immer noch auf einer Tonspur, aber, ähm, naja. Oh, komm, hau rein. Okay, das war schlecht. Ich glaube, dass ich das durchfahren kann. Naja, egal. Runde 1 und 1. Okay, zum Glück gibt es nicht mehr Runden. Aber wir sind erst, das kommt. Äh, über eine Brücke, über eine Eisenbahnbrücke. Ja, solange jetzt kein Zug kommt, ist mir das eigentlich egal. Ha, wenn jetzt ein Zug kommt, würde dann, dann wäre es ja nicht gearscht. Also nicht nur wir, sondern auch die anderen und, das sind, äh, Wohnmobil links als Zeichner von mir. Also, hier kann ich normalerweise noch gar nicht hin. Ich kann nur diesen einstumpfen Weg. Und ich hab ja euch ja gesagt, ab jetzt wird's auf jeden Fall blind, das Spiel. Und, äh, da kommen so Güterzüge oder so. Die kommen auf einmal hier angerollt. Ah, okay. In der Unterrichtung an, Biologie 4. Sehr interessant. Hätte ich jetzt gerne mitgemacht. Vielleicht schau ich's auch noch. Ich muss mich jetzt auch nur ein bisschen ranhalten, ne? Und das so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ja, ich weiß nicht, noch. Eine Runde bedeutet ja mal Rundkurs. Und, äh, ja, wir sind jetzt am Marsch der Welt, ne? Quasi jetzt noch einmal zurück. Das wird ganz schön Zeit kosten. Scheiße. Scheiße. Äh, 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 pisst ich. Wixer. Äh, naja, gut, immer noch erst mal, das passt, ja. 18 Millisekunden. Naja, gut. Wird schon irgendwie gehen, ne? Ich hab links den Weg irgendwie grad gar nicht gesehen. Egal. Wird schon passen. Äh, wat, wat fabrizieren die da? Bauen die hier extra so Fallen hin, oder wat? Mich verarschen? Wat will der eigentlich? Okay. Ey, alle gegen mich ist, total reiß. Ich hab mal ein faires Rennen zu fahren, nein. Fallen auf Stellen, noch zwei Kumpels mitnehmen. Schön boxen und so, ne? Ja, 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 ist klar. Ist ja auch nicht unfair oder so. Ähm, wo müssen wir denn jetzt lang? Kaja, ja, ja, wir mussten gleich eigentlich eine Runde haben. Und dann geht's wieder, zu Biologie hoffentlich. Ey, was will der jetzt auf einmal? Pistisch. Ich glaub, der will ziemlich die Scheiß. Oh, man. Ich könnte jetzt auch so schön Dynamit so nach hinten werfen. Und ich kann mich auch so schön fail, äh, fällen lassen, wellen lassen. Nach und die kommen auch noch zu mir und wollen mich boxen, ne? Sicher. Ah, scheiße, ich hab jetzt leider nichts zu fassen, dass alle so nah dran ist. Oh, nein, ey, das... Das schau ich nicht mehr. Das wird ganz schön knapp, sag ich euch. Hä, er musste gar nicht hier hinten lang, was soll das? Wie scheiße, dreist ist das denn? Allerhin ist das Ziel. Ja, da stehen sie schon alle, die ganzen Glieder. Puh, Puh. Arschlecken können nicht. Was geworden? Ja, wir laufen, ne? Boah, das hat das ganz schön geduldet. Das ist dein Hintergrund. Ja, ich bin, 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 ich bin. ausgang überbrechen das auch noch ein der hauptsache beim griezer richtig schön minus 20 prozent ab jetzt null prozent oder so ja komm mach fertig zweck manchmal so land schwänzene ich bin schon unterwegs bei den märz gut zu wissen wie viel prozentig ist bei dem wenn griezer noch 10 prozent das nicht geiles okay biologie geht noch bisschen bisschen was sind geht es um das direkt zum bus als stelle und Prozent dann gucken wir uns mal den biologietest sagt man gucken was diesmal kommt ich weiß glaube ich dass es noch ein Vogel gibt zum aufschneiden und ich weiß es nicht mehr genau wenn wir dann sehen so jetzt ist aber schnell ich weiß nicht genau wann es aufhört halb elf halb zwölf ich weiß es nicht halb zwölf glaube ich als hätte ich noch eine Stunde und ein paar Minuten ich bin mir nicht sicher aber auch ein immer diese längst werde ich weiß gar nicht wieso das liegt einfach an der Atmosphäre die die sind so komisch ich weiß nicht wieso das ganze Spiel deswegen wo das kommt dann auf jeden Fall langsam vor ob es jetzt wirklich legt weiß ich nicht so hier wären wir okay wir hatten noch ein bisschen Zeit schön verspätet kommen natürlich jetzt auch die ganzen anderen Mitschüler schätze ich meine ja ja ich liebe den Geräusch des Maldehydes in der Früh es ist ein bisschen stumpf dass die anderen auch dann zu spät kommen aber egal okay mal gucken was auf uns wartet ein Vogel ja habe ich es nicht gesagt eine Taube glaube ich ja so schön die Beine fest festnageln okay dann bin ich aber gespannt was bei 5 kommt Remember, slow and steady wins the race. Was ist das schwarze? Ich hab keine Ahnung. Ich bin nicht so der Biologe. Äh, naja, egal. Äh, machen wir halt. Das Herz raus. Patience, Hopkins. You can't brush science. Ich würde mal gerne wissen, ob die das in den USA oder so wirklich machen. So was. Mit schönem Herz rausschneiden und so. Die Leber. Ist das jetzt die Leber? Ja, komm. Ja, ist wirklich die Leber. Würde mich mal interessieren, ob die das wirklich machen. Oder ob die das machen dürfen oder sonst was. Denn, äh, ich hätte da keinen Bock drauf, da, was weiß ich, jede Woche da so ein Viech aufzuschneiden und dann da ein bisschen, ein bisschen in den, äh, im Magen ein bisschen rumzugucken. Kaum Magen. Was ist denn der Kaum Magen? Ach, scheiße. Das ist noch irgendwas drin. Entferne die Kieselsteine. Ach, du Scheiße. Ja, komm. Oh, that smells great. Okay, die hat da irgendwie Kieselsteine drin. Im Magen. Und wir haben's geschafft. Ich weiß ja nicht, warum wir jetzt die Kieselsteine rausholen, wenn sowieso Herz, das Leber schon, äh, weg sind. Bringt doch nicht. Nichts mehr. Alien-Outfit. Noch was lebt zu dem was. Alien-Maske. Alien-Shirt. Oh, nein. Immer die gleichen wollen immer das Gleiche, also. Weil jetzt versteht, was ich meine. Ähm. Armee-Stief. Ähm, was kommt denn gleich? Ich kann ja mal kurz gucken. Wir hatten gerade... Oder was hatten wir letztes Mal? Wir hatten letztes Mal... Englisch? Wir müssen nur eigentlich Sport haben. Ich weiß es nicht. Ich cutte auf jeden Fall. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.